Israel setzt HIMARS und Streumunition gegen Beirut ein, Angriffe nach Pause wieder aufgenommen, die israelische Armee setzt dabei offenbar HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, ein, das für präzise Angriffe auf Ziele in großer Entfernung bekannt ist. Es wird auch berichtet, dass Israel Streumunition einsetzt, was international äußerst umstritten ist, da diese Art von Munition große Flächen treffen und schwere Verletzungen verursachen kann. Die erneuten Angriffe auf Beirut kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen in der Region ohnehin schon hoch sind. Der Libanon befindet sich in einer politischen Krise, während Israel mit dem Gaza-Konflikt und der Bedrohung durch den Iran konfrontiert ist. Die internationale Gemeinschaft hat die Angriffe auf Beirut verurteilt und fordert eine Deeskalation der Situation. Es bleibt abzuwarten, ob Israel sein Versprechen, die Angriffe zu verringern, einhalten wird oder ob die Gewalt weiter eskaliert.